Ich habe gerade wieder mal mit einem Mitglied der Basisdemokratischen Partei Deutschland die Basis telefoniert und daraus ergaben sich auch die heutigen Tagesthemen, einige der heutigen Tagesthemen. Das Stiftung-Warentest-Prinzip hat das Parteimitglied sehr begeistert und dann die Überlegung, da waren wir uns auch einig, Neuparteien wie die Basis scheitern grundsätzlich ohne die weltweit wichtigsten Denker, Professor Richard Dawkins und nextscientistsforfuture.de, seine Nachfolger. Ja und erst einmal ganz kurz das Stiftung-Warentest-Prinzip erklärt. Neuparteien machen fast immer den Fehler, dass sie nicht, dass sie über die 5% kommen wollen, aber keine Parteipolitik für die Wählerinnen machen. Zum Beispiel haben wir eben gerade ausgerechnet, das Parteimitglied von die Basis hat geschätzt, dass etwa 20% der Bevölkerung regelmäßig zum Heilpraktiker gehen würden. Dann haben wir mal gerade zusammen gegoogelt und die Zahlen ausgerechnet und kamen faktisch auf 3%. Das heißt, dass in Wirklichkeit 97% der Bevölkerung eher 97% aller Behandlerkontakte sind Arztkontakte und nur 3% aller Kontakte sind Heilpraktiker-Kontakte. Und das bedeutet auf Deutsch gesagt, das was das Parteimitglied von die Basis schön zusammengefasst hat, nämlich, das bedeutet ja, dass dann quasi eine Partei, die den Heilpraktikerzugang zu den Krankenkassen zum Thema macht, niemals mehr als 3% kriegen kann. Weil für alle anderen Wählerinnen stellt ja letztendlich die Heilpraktiker neu dazuzulassen, nur ein zusätzlicher Kostenfaktor da, für den sie zukünftig dann auch noch aufzukommen haben. Das bedeutet also für die Wählerinnen nur einen Schaden, denn die Masse der Wählerinnen ist gar nicht interessiert daran, zum Heilpraktiker zu gehen. Und ja, natürlich kommt noch die Zahl der Heilpraktiker selber als Wähler dazu, aber das wird sich auch nicht im Bereich von den fehlenden 2% bewegen. Das heißt also, die Wähler haben ganz andere Interessen als die Lobbyisten in den Parteien. Ja, eigentlich wollten ja die Parteien den Lobbyismus überwinden. Stattdessen bestehen sie großenteils mittlerweile aus Lobbyisten. Und das ist natürlich der Fehler. Und deswegen noch einmal sich klarzumachen, Wählerinnen lieben die Stiftung Warentest und wir lieben das Stiftung Warentest Prinzip. Was ist das Stiftung Warentest Prinzip? Dass eine möglichst völlig unabhängige, möglichst staatlich kontrollierte, bestechungsfreie Instanz Produkte in eine Reihenfolge bringt bezüglich ihres Preis-Leistungs-Verhältnisses und quasi einen Testsieger resultiert. Einen Zweitplatz, Leitenplatz, Drittenplatz, Viertenplatz, also eine Rangliste, zum Beispiel der besten Kühlschränke Deutschlands, die im deutschen Markt angeboten werden. So. Und genau das Gleiche wünschen sich Wählerinnen, wenn man sie darauf ansprechen würde, auch für alle Dienstleistungen. Politische Dienstleistungen, also Dienstleistungen, die Politiker erbringen, sonstige Dienstleistungen aller Art für alles, Gesundheitsdienstleistungen, Rechtsanwaltsdienstleistungen, Heilpraktiker-Dienstleistungen, was auch immer. Und das Stiftung Warentest Prinzip wird zum Beispiel durch, zum Beispiel könnte aus Sicht der nextscientistsforfuture.de, durch die, zum Beispiel durch das, durch die Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme, als entsprechende neue Verfassung Deutschlands sozusagen darstellen. Denn dann würden quasi überall von den Bundes- und Landeswahlleitern Stiftung Warentest für die politischen Dienstleistungen erstellt werden, sodass die WählerInnen und auch für Ärzte die Stiftung Warentest Ranglisten erstellt werden. Sodass dann die WählerInnen auswählen können unter den besten Politikern und unter den besten Ärzten und HeilpraktikerInnen. Denn wenn man da eine Leistungsmessung eingeführt hat, kann man durchaus auch die Heilpraktiker zulassen zu den Krankenkassen, so wie alle anderen im Gesundheitswesen. Wir empfehlen ja sogar, dass alle den Krankenkassen Zugang kriegen müssen, damit sie auch gleichzeitig der Leistungsmessung unterliegen, nämlich dass gemessen werden kann, ob es sich vom Ergebnis bei den Leuten um Scharlatane und Quacksal behandelt oder um kompetente Leute, egal welche Ausbildung sie haben. Und das ist das Stiftung Warentest Prinzip. Und dieses Mitglied von die Basis hat gesagt, das ist die richtige Formulierung. Also wir müssen jetzt alle nur noch reden über das Stiftung Warentest Prinzip, denn die Wohlfühlstimme ist erst einmal ein fremder Begriff, aber Stiftung Warentest kennt jeder. Und eigentlich ist die Wohlfühlstimme und die anderen Reformen sind alle nur die Realisierung des Stiftung Warentest Prinzip für die Gesamtgesellschaft, nicht nur für Produkte. Ja, und das ist der entscheidende Punkt. Und dann waren wir uns eben auch einig, das Basismitglied und wir auch einig, dass Neuparteien eben scheitern. So sicher wie das Abend in der Kirche ohne die weltweit wichtigsten Denker, Professor Richard Dawkins. Jetzt ist es so, dass nur die weltbesten Denker natürlich wissen, dass Professor Richard Dawkins bezeichnet wurde als der weltweit wichtigste Denker. Bei Wikipedia zum Beispiel wird das erwähnt. Und die Parteien machen alle den Fehler, dass sie denken, mit den weltweit unwichtigsten Denkern und inkompetentesten Denkern könnte man eine faszinierende, die Bürger faszinierende neue Partei mit dem herstellen. Dabei ist in der Parteienlandschaft nur noch Platz für höchstens eine einzige Partei, nämlich die mit dem ganz, ganz großen Wurf eines überlegen kompetenten neuen Reformenkonzeptes. Einschließlich einer überlegen kompetenten neuen Verfassung, demokratischen Grundverfassung und so weiter. Und das ist die Partei, die das Stiftung-Warentest-Prinzip überall gültig macht. Und das kann man nur in Kooperation mit Next Scientist for Future, die ja die Nachfolger und Kritiker von Richard Dawkins sind. Warum Kritiker? Ich zeige Ihnen das mal schnell. Ah, falsches Bild. Hier haben Sie also NextScientistForFuture.de, World's Council, Weltrat. Das hatte ich Ihnen alles schon vorgelesen in den letzten Sendungen. Weiterentwickler und geistiger Nachfolger von Dawkins wurde 2018 der Weltrat mit seinem Arbeitskreis Next Scientist for Future, folgte dabei aber nicht Dawkins' Irrweg seiner religionskritischen Schriften. Das ist für viele nochmal ganz wichtig, auch für viele Weltratmitglieder. Wir folgen selbstverständlich nicht seinem Irrweg. Es geht nur um die Kritik am Wirtschaftsprinzip. Es geht um die Einführung des Stiftung-Warentest-Prinzips, auch zum Beispiel für Rechtsanwälte und alle anderen Teile der Wirtschaft und des gesellschaftlichen Geschehens, auch aller Behörden und so weiter. Deswegen dann hier, leider ist es nicht gelungen, irgendwie Google findet sich selber nicht. Also wir haben festgestellt, das Parteimitglied von die Basis konnte nicht diesen Text von Professor Richard Dawkins ergoogeln. Wir konnten ihn ergoogeln, aber vielleicht, weil wir schon so viel gegoogelt haben nach Professor Richard Dawkins, dass wir hier auf unserem Rechner da einen Zugang gekriegt haben, während dieses Parteimitglied von die Basis in Bayern diesen Zugang nicht gekriegt hat. Das heißt, Google findet sich selber nicht, findet sein eigenes Buch nicht richtig und so weiter. Und deswegen mussten wir das hier abändern. Weltweit erste Äußerung eines Naturwissenschaftlers, des früheren weltweit wichtigsten Denkers vor dem Weltrat. Weltweit erste Äußerung eines Naturwissenschaftlers, Klammer Professor Richard Dawkins, zur grundsätzlichen Dysfunktionalität unserer Gesellschaften. Siehe unten stehenden Link, Richard Dawkins, das egoistische Gehen, kommentierte Leseprobe, Seite 364. Sie sehen es, seine wichtigste Äußerung ist also versteckt auf einer der hinteren Seiten seines weltweiten Klassikers sozusagen. Wenn Sie diesen Klassiker nicht kennen, dann heißt das, dass Sie einen gewaltigen Bildungsmangel haben. Denn jeder, der richtig gebildet ist und auch vor allem eine wissenschaftliche und naturwissenschaftliche Ausbildung hat, muss diesen Klassiker, das egoistische Gehen, kennen. Wenn nicht, hat er eben keine gute Bildung, sondern nur eine schlechte Bildung. Und hier können Sie also das hören. Sie brauchen es nur anklicken und dann haben Sie schon ab der richtigen Minute, ab ca. Minute 15, diese Lesung, kommentierte Lesung. Ich habe als Next Scientist for Future, habe ich das also gelesen. Ja, und damit ist alles gesagt. Und jetzt kann ich hier noch die Kurznachrichten verlesen, die sonstigen Tagesthemen. Der Fehler liegt in der Tatsache, dass unsere Verfassung ohne das Stiftung-Warentest-Prinzip dachte, auskommen zu können. Also ohne z.B. eine Wohlfühlstimme im Sinne von Brutans Bruttonational-Glück oder Bruttonational-Glücksprodukt oder so oder National Happiness und so weiter. Also unser Grundfehler seit 400.000 Jahren ist nur ein einziger. Der Fehler liegt in der Verfassung, dass man dachte, ohne das Stiftung-Warentest-Prinzip und ohne so etwas Ähnliches wie eine Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme auskommen zu können. Und das kann man eben nicht. Denn der vorteilbringende Irrtum der Politiker ist ja, der dann entsteht, wenn man eben keine, nicht dem Prinzip Stiftung-Warentest-Prinzip folgt, dann entwickeln sich automatisch, bilden sich vorteilbringende Irrtümer der Politiker heraus, die ungefähr so lauten, Lobbyisten und zum Beispiel McDonalds für das Thema gesunde Ernährung sind gesinnvolle Experten für gesunde Ernährung und für Impfgedanken und so weiter. Und daraus folgt dann, dass grundsätzlich aufgrund dieses vorteilbringenden Irrtums folgt zwangsläufig, dass die falschen, profitorientierten Experten als einzige gehört werden. Und dann werden die politischen Entscheidungen zwangsläufig im Dienste der Konzerne und der Lobbyisten ausfallen. Das heißt, wir müssen eigentlich nur die Verfassung, unsere Verfassung erweitern, um das Stiftung-Warentest-Prinzip zum Beispiel mit einer Wohlfühlstimme als Minimum eventuell noch mit den fünf anderen Punkten der Next Scientist for Future, der Machtbegrenzungskette, der sechsgliedrigen Machtbegrenzungskette der Next Scientist for Future. Dann werden wir einen idealen Staat bekommen, nachdem wir jetzt ein katastrophaler Staat sind. Ja, dann war das ganz interessant, eine Sendung darüber, dass eben die AfD mit zwei Begriffen zu tun hätte, mit der Idee eines Great Replacement, ich glaube, das heißt in Deutsch der große Bevölkerungsaustausch, und der Great Reset, wo es darum ginge, dass die deutsche Wirtschaft zerschlagen wird, um dann eine neue, ja, noch den Reichen, noch besser dienende, neue Weltwirtschaft aufzubauen oder so. Ja, und das ist eben genau der Punkt. Der Fehler ist der, diese verschwörungstheoretische Tendenz, auch in der AfD, weswegen sie damit ja auch zu einer indiskutablen Partei wird, resultiert daraus. Die Wahrheit ist, die naturwissenschaftliche Wahrheit ist, die Sozialsparten entwickeln in der Evolution ihre vorteilbringenden Irrtümer. Und aus den vorteilbringenden Irrtümern resultiert, dass Einwanderung von Migranten und Asylanten sehr gut sei für uns. In Wirklichkeit ist es nur, sehr gut für die Verdienstmöglichkeiten der Sozialspartler und deren Karrieremöglichkeiten. Und dann zum Beispiel resultiert auch aus dem vorteilbringenden Irrtum, dass ja alle Menschen vom Gehirn her gleichermaßen Genies seien, dass es also keine Gehirnleistungsunterschiede gebe. Das führt dann dazu, dass durch die Ausbreitung dieser vorteilbringenden Irrtümer sorgen quasi die Sozialsparten in der Politik dafür, dass viele Kinder der Sozialschwachen geboren werden, die dann wieder Kunden der Sozialsparten werden und also eine Einnahme und Karrierequelle der Sozialsparten werden. So, das ist die Wahrheit. Und jetzt machen die die Leute und diese die vielen Sozialschwachen führen natürlich dann auch zur Zerstörung der Wirtschaft. Oder die vorteilbringenden Irrtümer der Gesundheitssparten führen zu dem vorteilbringenden Irrtum, dass Viren absolute Killer sein. Das führt dann zur Zerstörung der Wirtschaft und ja und dann merken quasi die späteren Verschwörungstheoretiker, ja da stimmt doch was nicht. Die Sozial, da ist doch irgendwie ein antikooperativer Anteil, das mit der Einwanderung und den Massenparallelgesellschaften und den Massenassenanten, das ist irgendwie, das tut uns irgendwie nicht so ideal gut. Das merken die irgendwie. Und die merken auch, dass diese Überhöhung der Viren zu den absoluten, der einzigen Gefahr der Menschheit für die Gesundheit, dass das uns auch irgendwie nicht gut tut und dass die Zerstörung unserer gesamten Wirtschaft nur im Krieg gegen ein angebliches Killer-Virus, ja, dass das unsere Wirtschaft beschädigt. Ja, das ist so weit richtig. Die sehen also, die späteren Verschwörungstheoretiker sehen also zu Recht den antikooperativen Anteil und damit sozusagen. Und jetzt machen sie den entscheidenden Fehler, den entscheidenden Sprung zum Verschwörungstheoretiker. Sie sagen jetzt, ja, diese Wirtschaftszerstörung und diese vielen Migranten, das sei, weil es da bestimmte böse Menschen gäbe, die sich verschworen hätten und quasi ein Great Replacement geplant hätten und einen Great Reset geplant hätten. In Wahrheit ist es so, dass das einfach die Folge des Grundfehlers ist, nämlich wir haben die Sozialsparten nicht, die Sozialspartler und die Gesundheitsspartler nicht einer, dem Stiftung-Warentest-Prinzip, also einer Leistungsmessung mit Ranglisten und so weiter unterzogen und haben dann alle positiven Anreize eben nicht abhängig gemacht von solchen Messungen und dadurch kommt das auch ganz ohne böse Verschwörer und böse Verbrecher ganz zwangsläufig zur Zerstörung unserer Wirtschaft und zur Zerstörung und zu einem Übermaß an Parallelgesellschaften. Und das ist eigentlich das eigentliche wirkliche Problem der Menschheit. Tja, und das heißt, hätten wir schon in den letzten 400.000 Jahren rechtzeitig das Stiftung-Warentest-Prinzip überall eingeführt, zum Beispiel mit einer einzigen Reform, nämlich der Einführung einer in der Verfassung einer einzigen Verfassungsänderung, die Wohlfühlstimme als Grundlage für das Stiftung-Warentest-Prinzip, hätten wir jetzt weder eine zerstörte Wirtschaft in Deutschland, noch eine riesige Menge an Parallelgesellschaften, an großen Parallelgesellschaften, die ihr Eigenleben parallel zu unserer Gesellschaft führen. Beides hätten wir nicht. Und wir hätten vor allem auch nicht den Rückgang, der gewaltigen Rückgang der Intelligenz in Deutschland, an dem wir wirtschaftlich scheitern müssen und werden. weswegen wir ja auch die neue Bevölkerungspolitik und Familien und Frauenpolitik der Next Scientist for Future brauchen, dass endlich unsere fähigen Frauen wieder ein paar Kinder bekommen und die unfähigen Frauen möglichst wenige Kinder bekommen. Jedenfalls, dass wir die Anreize, die positiven Anreize entsprechend gestalten müssen. Sonst geht Deutschland den Weg des Römischen Reiches, den Untergangsweg. Auf dem befinden wir uns gerade. Deutschland ist gerade dabei, kaputt zu gehen wie das Römische Reich. Die Dekadenz des Römischen Reiches herrscht bei uns. Warum? Weil bei uns die gefährlichsten Sparten freier Hand haben, die Sozialsparten mit ihren Vorteil bringenden Irrtümern und die Gesundheitssparten mit ihren Vorteil bringenden Irrtümern letztendlich das Land regieren und weil zum Beispiel die Grüne Partei eigentlich eine Lobbyisten Partei für Sozialspartler ist und damit wird alles weiter zerstört werden. Und die CDU ist wahrscheinlich eine Lobbyisten Partei der Gesundheitssparten und deswegen werden CDU und Grüne Deutschland vollständig zerstören in den nächsten Jahren. Wenn eben nicht die Neuparteien sagen, wir müssen mit Professor Richard Dawkins und den Next Scientist for Future und dem Weltrat der Weisen kooperieren, müssen diese nutzen, sonst haben wir keine Chance, weil es gibt nur noch einen Platz für eine neue große Partei und die, nämlich für die, die den neuen ganz großen Wurf macht, nämlich das Stiftung-Warentest-Prinzip auf alles auszuweiten, auf jeden, der Piep-Piep macht in Deutschland auszuweiten und dafür wird es eventuell sinnvoll sein, dass unsere 16 Bundesländer, die Ministerpräsidenten, quasi fast Kanzlerstatus bekommen, also alles politisch neu regeln können, damit wir dann einen Stiftung-Warentest- Vergleichsmessung machen können, in welchem der 16 Bundesländer, wir können auch mit acht Bundesländern leben, man könnte quasi dann acht Mini-Kanzler haben, sozusagen Unterkanzler haben, also man könnte ja immer zwei Bundesländer zusammenlegen, Nachbar-Bundesländer zu einem Bundesland machen, aber das können Sie bitte diskutieren, es würden, um diese Rangliste von acht Ministerpräsidenten zu erstellen, würden acht Bundesländer ausreichen, man muss nicht 16 haben, ich denke, wir haben mit acht, wir haben wahrscheinlich nicht mehr als acht verschiedene Regierungskonstellationen oder Koalitionskonstellationen, die denkbar sind und von daher würden uns auch acht Bundesländer ausreichen, aber auf jeden Fall, egal ob es dann eine Stiftung-Warentest- Rangliste ist, der 16 Ministerpräsidentinnen oder nur der acht Ministerpräsidenten und das heißt, dass wir also den Föderalismus vielleicht eher lieber besser doch wieder stärken und ausbauen sollten und denn sonst müssten wir ja, wenn wir jetzt den Föderalismus abschaffen und nur noch einen Kanzler haben und die Ministerpräsidenten quasi immer weiter entmachtet werden, dann haben wir am Ende das Problem, dass wir ja dann ganz Europa vom Stiftung-Warentest- Prinzip und der Wohlfühlstimme als Beispiel überzeugen müssen und bis wir das schaffen, da vergehen 100 Jahre, ja, das heißt also, denn nur dann könnten wir ja die deutsche Kanzlerin vergleichen mit dem französischen Kanzler, mit dem belgischen Kanzler, mit dem niederländischen Kanzler und so weiter, und könnten da eine Rangliste herstellen. Also ist es besser, wir gehen einen kleinen Schritt zurück und sagen, wir fördern den Föderalismus, außer in der Bildung zum Beispiel, und sorgen dafür, dass wir mindestens acht Mini-Kanzler bekommen und wenden dann das Stiftung-Warentest- Prinzip an, das heißt also, dass sie dann genau sehen können, aha, dort, wo die Grünen oder die CDU wesentlich mitregieren, dort entwickeln sich die Wohlfühlstimmen der WählerInnen besser oder schlechter und dann können sie entscheiden, dass sie für ihr eigenes Bundesland zum Beispiel dann eben entweder eine grün-geführte oder eine CDU-geführte Regierung wollen oder eine die Basis geführte Regierung oder eine wir2020.de geführte Regierung oder eine Fortschrittspartei at geführte Regierung und so weiter ja und vielleicht eben wie gesagt gelingt es uns ja auch die Gemeinwohl Lobby mit ihrer verfassungsgebenden Versammlung zu überzeugen dass die sechs neuen Verfassungspunkte der Next Scientists for Future besonders der eine mit der Wohlfühlstimme dass das die neue richtige Verfassung wäre zusammen mit dem insgesamten Stiftung Warentest Prinzip ja ja ich glaube das war's mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau heute Tschüssi bis bald